Ja, hallo zusammen. Der erste Tag in New York ist ganz gut verlaufen. Wir hatten viel mit viel Spaß auf der Arbeit, weil wir nämlich gar nichts gemacht haben. Eigentlich haben wir eigentlich nur nach irgendwelchen Ausdrucks gesucht und irgendwelchen Unterkünften. Doch am Ende des Tages landet man ja immer mal mit einem Bier auf irgendeiner Rootstop-Wahl. Heute sind wir in der T30, heißt das. Und wie man auch das schon sieht, ist hinter mir auch das ist ein Firestone-Fielding. Wir sind mit ein paar Leuten hier und... Also ich muss sagen, mir gefällt es ganz gut hier. Ja, ansonsten ist das Bier, die haben halt alles ausländisches, ausländisches Bier habe ich jetzt nicht probiert. Aber das wird ja wahrscheinlich nochmal die nächsten Tage kommen. Ja, bis später.